No, Leute! Und willkommen zurück zu einem neuen Video mit unserem althergebrachten Freund Taddle und wir spielen heute immer noch Winning Put und oh mein Gott, es ist immer noch eine Produktplatzierung. Ja, denn das geht über zwei Teile, also heute ist der zweite Teil, der letzte kam letztens irgendwann da oder da oben. Ich hab's mir immer noch nicht gemerkt. Könnt ihr euch den angucken? Und wir spielen heute weiter mit unserem besten Freund Taddeus Charks. Genau, also ich habe irgendwie gesehen, man kann hier auch rumlaufen. Das ist GTA für Golf. Kann ich so... Ah, ich kann sogar zoomen. So. Oh, jetzt ist er weg. Oh, oh ja. Oh, nein. Oder? Nein. Hallo, ja. Taddeus. Oh, ja, ja, ja. Da drückt's auf meinem Nacken ordentlich, ne? Über den Link in der Videobeschreibung könnt ihr euch übrigens anmelden, falls ihr Lust habt. Das ist ein kostenloser Spiel. Wir haben 180 irgendwas und 1800 irgendwas anderes. Tasty Lacy. Oh. Was sind die für Leute? Ah, man kann auch schreiben. Hello my friends. Ja, jetzt redet er sogar. Tour Ranked Round. Oh, man kann auch Ranked spielen. Ah, wir sind Level 2, ne? Hä, wie dreht man sich? Ist der dumm? Dang, takkan, tauschen, 5k to... Boah, hier werden richtig die Deals abgemacht. Kann ich nicht rennen? Oh, ich kann springen. Wie geil. Ja, golfen. Ja, ja. Okay, vielleicht kann man bei den Leuten irgendwas machen. Ja, ich kann mich neu kleiden. Das? Haben die auch freshe... Pulunder. Oh, warum... Guck da nicht hin, Kinder. Warum hat die nichts an? Okay, ich will irgendwas Freshes für unseren Dude kaufen. Ah, wir haben gar nicht so viel Cash. Ah, wir brauchen erstmal Cash hier. Ach, nee. Wir müssen uns ja alles erarbeiten. Aber ich will irgendwie irgendwas Schickes kaufen. Scheiße, es gibt nichts Günstiges. Ja, da müssen wir wohl noch ein bisschen sparen. So, was ist hier? Support Agency. Sponsor. Aha. Hä, man kann das richtig aufleveln. Voll nice. Ein Topf voll Gold? Ja, wir sind so reich hier bei unserem Bonzen Golf Club. Wir tun unser Gold einfach in so Kaufen-Dinger rein. Oh, wir haben zwei Post. Management. Ah, Skills. Oh, wir können... Was? Haben wir... Können wir das irgendwie... Golf Bag. Ah, hier sind unsere Schläger. Alles klar. Ja, ein paar heiße Eisen hier drin. Inventory. Golf Bag. Empty All. Nein, bloß nicht. Man muss sich wahrscheinlich neu kaufen irgendwo. Und wir haben nichts im Inventar richtig traurig. Jetzt könnten wir doch theoretisch irgendeinen herausfordern. Friend Round. Oh, hier ist aber ganz schön voll. Also, wir könnten doch jetzt zum Beispiel zu denen gehen und sagen so... Ey, Invite Companion. Kann ich jetzt gegen den spielen? Ich glaube nicht. Ah, hier werden illegale Glücksspiele angeboten, glaube ich. Okay, erst ab Level 18. Ist ja gut. Wir halten uns aus euren zwielichtigen Geschäften raus. Ich will hier... Ich spiele jetzt gegen den. Kann man denn einfach so... Wie mache ich denn ein Spiel? Kann man mit dem Golf Kart fahren? Ich glaube nicht, ne? Oh, Friend List. Leer. Ich habe keine Freunde. Oh, what you say? Okay, mit dem Golf Kart kann man nicht fahren. Was gibt es hier? Essen? Okay, hier kann man scheinbar irgendwas reparieren. Das ist auch sehr beliebt. Club Shop. Oh, das ist ein bisschen sehr teuer. Das können wir uns leisten. Das will ich kaufen. Ja! Ich würde gerne einfach so ein Rundchen spielen. Let's get ready for the round. Was geht ab? Ja, okay. Das ist unsere Runde. Wir starten mal alleine. Weil wir keine Freunde haben. Oh, what you say? Okay, da sind wir wieder mit Taddel. In the round. Okay. Oh, das sieht schwer aus. Dann werden wir mal richtig durchballern, Leute. Taddel, enttäusch uns nicht, ne? Versuch bitte, gut zu sein. Fairway. Ist das gut? Hallo? Hallo? Lenk dich doch nicht ab von den ganzen Groupies. Okay, wie ist der Wind? Ich muss den Wind ein bisschen abschätzen. Ja, okay. Machst du, ne? Oh, exakt 100%. Wir kommen dem Ziel näher. Fairway. Was heißt das? Vielleicht sollte man dafür die Golfkenntnisse haben, die ich nicht besitze. Ja, wir kommen näher, wir kommen näher. Bei Dead Adam kannst du auch nicht so lurig hier spielen. Da musst du schon ordentlich Gas geben, auch auf der Bühne. Das ist halt der Alltag, ne? Tour spielen, Groupies ballern, Golf spielen gehen. Das war richtig kacke. Oder? Nein! Kacke. Oh, er ärgert sich. Entschuldigung. So lang geht eins. Heilige Scheiße. Das wird, glaube ich, den Rahmen des Videos ein bisschen sprengen. Äh, ups. Aber ich will wenigstens ein bisschen besser sein als gerade. Mach mal wieder über 100%. Overswing. Das ist, äh, bestimmt ganz gut. Nein, nicht in den Sandkasten. Puh. Ich möchte ein Hole in One probieren. Äh, das war echt ganz gut. Oh, Ruff. Oh, Ruff. Oh, Ruff. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Also, ich glaube, Ruff ist nicht so gut. Äh, aber prinzipiell haben wir erstmal mit zwei Schlägen ziemlich viel erreicht. Ah, wir müssen auch die Bodengegebenheiten einberechnen. Das war gut. Das war sehr gut. Korrekt, Taddle. Mach einfach ohne uns. Boogie. Ärgerter. Nein, er ist, er ist traurig. Aber fünf ist schon besser. Es wäre wirklich richtig nice, wenn sich einer noch so Marley und eine Adi machen würde. Und wir dann mit der kompletten Dead Adam Crew Golf spielen gehen einfach. Die kann man doch auch bestimmt so aufpimpen mit Kleidung. Ich habe übrigens nichts gegen die. Also nicht, dass das einer falsch versteht. Ich finde, das ist nur so was, wo man ein paar Jokes drüber machen kann. Oh, das war, glaube ich, gut. Glaube ich. Das war so mein Meisterauge. Das könnte ganz gut gewesen sein. Könnte auch kacke gewesen sein. Overswingen? Nicht Overswingen, Mann. Nein. Oh, das war, oh, das war ja richtig kacke. Mmh, in den Bunker. Ach, jetzt müssen wir von hier aus. Ach, du Kacke. Ich hoffe, er wählt schon immer den richtigen Schläger aus, weil sonst wäre ich ein bisschen aufgeschmissen. In den nächsten. Was macht er denn? Ich glaube, Golf ist keine Sportart für mich. In den nächsten. Boah, der wird sich so ärgern. Also, Taddel. Ja. Ja, der könnte sogar direkt jetzt reingehen. Nach 1000 Versuchen. Mmh, nein. Ja, Mensch. Oh, da ärgert er sich aber. Acht Schläge, ja, acht Schläge ist aber echt nicht gut. Das ist das Problem. Okay, wir kommen doch bestimmt jetzt unter vier. Ah, das könnte gut werden. Okay, wir sind schon mal ganz gut. Wir schaffen das, wir schaffen das. Ich glaube fest dran. Ah, das war zu weit. Nein, das war zu feste. Nein. Oh, das war gut. Ja, ich, der Golf. Experte. Okay, wir könnten es jetzt schaffen mit dem dritten Schlag. Nein, der geht nicht, der geht nicht. Nein, 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 nein. Nein. Scheiße. Warum ist er so traurig? Vier. Was will der denn? Vier ist doch voll gut. Also, da braucht er sich echt nicht so anstellen jetzt, ne? Okay, das wird das letzte Loch sein, was wir machen. Und wir werden jetzt auf jeden Fall gewinnen. Gewinnen alleine. Ne, das war schon mal kacke. Ah, jetzt haben wir genau diesen Baum davor. Wir müssen jetzt elegant am Baum vorbeispielen. So? Also, ich hätte jetzt lieber so gespielt. Ich glaube, das ist besser. Der weiß schon gar nicht, was gut für ihn ist. Vielleicht war das doch nicht so klug. Ja. Vielleicht kommen wir nicht in den Sandkasten. Korrekt. Puh. Also, gut war das auch nicht, aber schon mal so halb geplant. So, jetzt packen wir es. Oh, nee. Zu weit. Abruhen. Ja, ein Abruhen. Machste, Taddel, ne? Komm. Oh, ja, ergernt sich trotzdem. Ja, ich würde sagen, wir sind am Ende angelangt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mal eine positive Bewertung da. Da unten könnt ihr kostenlos abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Taddel. Tschüss. Tschüss.